Das ist ein absoluter Skandal. In einem aktuellen Bericht sorgt ein umstrittener Auftritt eines Komikers im deutschen Fernsehen auf drei Saat für öffentliche Empörung. Der Künstler Moritz Neumeier schlug in seiner Show vor, deutsche Rentner zu töten, um das Rentensystem und die Krankenkassen zu entlasten. Eine Aussage, die als extrem anstößig und menschenverachtend kritisiert wird. Zitat, wenn man sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe an Menschen, so ein winziger Teil der Gesellschaft, das Geld von den Krankenkassen und die Wartezimmer und die Terminlisten völlig überdurchschnittlich strapazieren und man dann etwas dagegen tun möchte, dann musst du ja nicht noch mehr Menschen schneller abschieben, sondern einfach Deutsche über 70, dass du die einfach tötest. Zitat Ende. Diese Aussage, die offenbar im Kontext einer satirischen Darbietung gemacht wurde, hat eine heftige Debatte über die Grenzen von Comedy und Satire, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ausgelöst. Es wird betont, dass die Qualität der öffentlich-rechtlichen Medien abnimmt, obwohl die Rundfunkbeiträge steigen. Viele Zuschauer fühlen sich von derartigen Inhalten in öffentlich finanzierten Sendungen abgestoßen. Der Vorfall mit Neumeier wird als neuer Tiefpunkt in der Geschichte des öffentlichen Rundfunks in Deutschland bezeichnet. Der Komiker wird beschuldigt, mit seinen Äußerungen nicht nur Grenzen zu überschreiten, sondern auch Volksverhetzung zu betreiben. Seine Aussagen, die deutsche Rentner über 70 töten zu wollen, werden als rassistisch und diskriminierend interpretiert. Erwähnt sei auch, dass diese provokante Aussage auf tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Probleme in Deutschland hinweist, wie das wachsende Verteilungsproblem und den möglichen Klassenkampf. Die steigende Anzahl von Rentnern und Sozialhilfeempfängern, kombiniert mit sinkenden Steuereinnahmen und zunehmender Inflation, deutet auf ernsthafte Herausforderungen für das Sozialsystem hin. Es werden drei Lösungen für die aktuellen Herausforderungen vorgeschlagen. Erstens die sofortige Schließung der Grenzen und Einstellung weiterer Sozialhilfe für Neuzugänge, zweitens die Abschiebung illegaler oder krimineller Ausländer und drittens eine Reform des Rentensystems hin zu einem kapitalgedeckten System. Zusätzlich wird betont, dass eine attraktivere Wirtschaftspolitik erforderlich sei, um Fachkräfte anzuziehen und Firmenabwanderungen zu verhindern. Abschließend wird eine dringende Notwendigkeit für politische Veränderungen und eine neue Regierungsführung betont, um die angesprochenen Probleme effektiv anzugehen und soziale Unruhen zu verhindern.